Atemberaubende Berglandschaften, Tirols größter See, unzählige Sportmöglichkeiten. Willkommen im familiengeführten Hotel Riesa Aktiv & Spa Resort. Die sonnige, ruhige und dennoch ideale Lage im Herzen Pertis aus wird Sie begeistern. Umgeben von einem großen Park finden Sie viel Platz für individuelle Auszeiten, Erholung und Aktivmöglichkeiten für Groß und Klein. Herzliche Gastfreundschaft erwartet Sie im Urlaubsparadies am Achensee. Individuell eingerichtete Zimmer und Suiten für einen erholsamen Urlaub. Untertitelung des ZDF, 2020 Freuen Sie sich auf Daumenfreuden der besonderen Art mit der erweiterten Dreiviertel-Genusspension. Halten Sie Körper und Geist mit dem abwechslungsreichen Vitalprogramm in Form. Lassen Sie sich in der über 2000 Quadratmeter großen Riesa Spa rundum verwöhnen. Vergessen Sie den Alltag. Wohltuende Wellnessanwendungen Verschiedenste Behandlungen wie zum Beispiel Ayurveda versprechen Regeneration pur. Ver Unidosanwendungen Die Private Spa Suite sorgt für unvergessliche Stunden in trauter Zweisamkeit. Genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf das Karwendel- und Rufahngebirge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Hotel Riesa Aktiv und Spa Resort bietet alles für Ihre individuelle Urlaubsgestaltung. Weitläufige Badelandschaften und Wellness auf drei Ebenen. Tirols Sport- und Vitalpark direkt vor der Haustüre. Abendunterhaltung und Cocktails an der Lounge Bar. Und ein zuvorkommender Verwöhnservice. Herzlich Willkommen im Hotel Riesa Aktiv und Spa Resort. Hotel Riesa Aktiv und Spa Resort am Achensee. Hotel Riesa Aktiv und Spa Resort. Hotel Riesa Aktiv. Untertitelung des ZDF, 2020